Ein legendärer Raum. Der eine oder andere Oldschooler weiß, dass hier das erste Video z.B. mit meiner Mutter entstanden ist oder auch mit meiner damaligen Freundin Anna. Da haben wir uns hier hingesetzt. Das war mein erstes Zimmer, weil mein Großbritann so ein richtig kleines Zimmer. Aber ich konnte hier in Ruhe kiffen. Ich hatte eine Terrasse. Immer die Bong dahin gestellt und boff, Abfahrt. Was ist denn hier für ein gut aussehender junger Mann? Was ist denn das für ein Bartwuchs, Digga? Das war aber schon ein bisschen älter her. Äh, ein bisschen länger her. Bisschen älter her, ja moin. Und irgendwann ging es dann, habe ich ein Upgrade bekommen. Ah ja, legendär hier. Legendär. Ach ja. Boff. Döner Mehmet, Buxtehude. Der Inhaber hat mir auf meinen Wunsch in den Döner gecheckst, deshalb 5 Sterne. Es hat eigentlich geschmeckt, aber meine Tochter ist ein paar Stunden nach dem Essen wegen Lebensmittelvergiftung gestorben. Sehr gute Döner, danach Durchfall. Guter Döner, aber die Zartse. Leckeres Sandwich. Alla Monte. Da läuft noch Werbung, aber ich ziehe mir gleich weiter Gamora rein. Hab voll Bock. Dann gibt's auch Hafermilch und Grießpudding. drin... ... bara ... Vielen Dank.